äh das ist hier hier, ne? oder so ja, muss ja hab null mal Yumi gespielt, aber sehe die nur mit Exhaust und Heal, also ja, Yumi hat halt einen eigenen, äh, Heal deswegen weiß ich nicht, ob Heal so viel Sinn macht aber ja, kann schon sein, ich meine was, was sonst, ist halt die Frage wollen wir nicht so, ich geh da mal, ne? als Yumi brauchen wir ja nix machen das ist halt das schöne an Yumi gleich nicht oooooh, ok, nein, ich sollte nicht rausgehen haha, ich hab mich gerade umentschieden ich hab mich gerade dazu entschieden, nicht rauszugehen zack, Pauki McPaukenstein ist da ähm, sollte ich mal hier so einen kleinen Dödelpil voll platzieren könnt mich nicht jagen, ich bin Yumi Aua ich hab die falschen Knopf gedrückt, jetzt lassen sie das doch Hilfe hat mich ich bin Yumi hab ich dich getroffen? nein, hab ich nicht schein ich nicht zack, Aure Hits, Chills, Kiel Perfekto Perfekto Comprete Comprende ich hab keinen Mana mehr das ist ein bisschen nervig waddu 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 zurückgezogen hä, hat mein Schild jetzt einen Cooldown? lol mein Schild hat doch vorher keinen Cooldown Egal hm oh oh weg, ja weg ist genau richtig ahaha ich könnte sie schneiden aber ich bin nicht lange dran ich muss den Chat mal lesen, wenn ich weniger beschäftigt bin beschäftigt ich spiel mauzi, also von daher bin ich nicht besonders beschäftigt oh 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 wow okay let's go home now, I guess ich komm mit tschüss äh, Schlagfrequenz für den Mittwoch erledigt was? Schlagerfrequenz oder Schlagfrequenz? ich hab alles gekauft lass uns gehen let's go ja, ich komm mit hallo ah schön, Alter ich liebe den Poke einfach das ist das Schöne bei Range Champions Achtung, hier mal ein bisschen aufpassen hier mal ein bisschen aufpassen 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 die gehen so schön auf Range ok naja können wir uns was machen hä? warum ist die so schnell gestorben? die Western ich ist das die haben wir die 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 keine haben wir die die ich habe vielleicht auch gerade nicht drauf geachtet aber auf jeden Fall ist seltsam stranger things und dass ich meine kleinen Summoner spells gerade verbraten habe ist natürlich auch äh 10 von 10 strange alter ich habe geheilt ich habe alles gemacht falls ich konnte aber es ging nicht was not possible wahrscheinlich sollte ich einfach ein champion spielen der auch ein champion ist und ich weiß nicht einfach nicht existent quasi ja das der hallo ja ich gebe dir hier krassen krassen staff weil ich krass bin weil ich umgewinnen wir sind zu zweit we are too hello die fleißigen 2 könnte man uns nennen fettkant ok beleidigungslevel sind wieder da leute overwatch ist einfach wieder ok ist ultimativ da quasi die schlechtere sona ultimate zonas ultimate den super bad cool down peng sie las ist halt ausrassen oh shit was ist denn los mit dem ultimate come on do it ok ich habe hier gerückt ich habe hier gerückt ich habe hier gerückt ich bin eine kotze why r to kill was from i versus 2 alles klar what the fuck no chance i know mate i know kann ich eigentlich durch die wände ja lol senna is so overpowered ne wir sind halt einfach du hast einfach nur du hast einfach nur ne yumi bei dir deswegen hast du wahrscheinlich gerade schlechte karten hey kannst du dich über die bilder ehrlich gesagt silas mein friend mando komm 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 ja ich will die nicht rein silas schade ok ich hab vorher ich hab mich gehalten ich hab mich gehalten aber die gegner sind echt krass ne also da waren unsere chancen echt grad zu krass waren habe ich gesagt oh du hast 10er getwildert oh du hast 10er getwildert mhm crazy crazy face check tot oh aber auch nicht aber wenigstens um why don't help me support hey i did i did i did absoluten ich habe die video da ist ein rola zweitmal kurz gestanden oder escape ultimate ist da jetzt mal hier nicht verrückt werden sie wir gehen nach hause man alle da bin ich nicht da erfolge ich den ich da bin ich nicht kein von ich gehe ich muss nicht heilen ok ich hab kein mana doch so beleidigungen kompliment sein dass wir wirklich glaube ich die meisten erfolg mit danke danke dass du übrigens damit ausgegangen bist oh shit schissle meine so volle katzen power ich dachte wir können hier noch ein snacken ich habe nämlich krasse zauber was du kannst du wenn ich für dich komme ich bin rein oh ich bin gerade heilen aber das ging nicht weil sie tot war gib mir echo und wir werden sehen das ist halt die verstörende sache stehe ich nicht wenn er ist der tod der war so grausam ich hab noch nicht genug für ordensensoren es gibt nur einen champion für meisterliches gilt und das ist was der meister je wurde gebannt der war schon wahrscheinlich hört man so ja meister je ist ziemlich krass meister je ist immer ziemlich krass meister je ist halt das ist halt meister je lol kick stop in silas chattet gerne aber der spielt offensichtlich ja offensichtlich spielen siehst du sein ding aber chatten ein meister seines fachs ja deswegen ist er auch meister je und nicht äh praktikanten die weg weg wo ich kann nicht ein ich kann nicht ein der 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 hier ist da und überall wo er will er kommt komm 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 Ja, 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 nein, 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 oh, what? Lol, die hat sich einfach bei mir hochgeheilt. Für die war ich gar kein Gegner, sondern für die war ich einfach nur, äh, tja. Damn. Für die war ich einfach nur ein Jungle Camp wahrscheinlich. Nicht mal. Ein kleiner Snack. Ein kleiner... Kein Jumis, ne? Oder Bro-Love. Der Bro-Love, hier ist ein Bro-Love, Leute. Ein bisschen... Achtung, Schwachtung. Hier ist ein Bro-Love. Wieso? Am Durchrennen jetzt. What the fuck? Was ist mit der Irina los gewesen? Die ist einfach... Ich stehe einfach nur da. Ja, war die gerade AFK oder so? Okay. Das Team eskaliert gerade ein bisschen, oder? Die wollen rein in die Base, offensichtlich. Die wollen rein. Die haben richtig Bock. Die haben richtig Bock. Alter, alles auf den Urlaub, Leute. Die ist ja am Eskalieren hier. Was ist denn los? Alter, ja bitte. Das ist absolut reasonable, not. So, können wir es jetzt enden? And the rest, GG. Ich verstehe es nicht, Leute. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was ist da gerade passiert? Was ist gerade passiert? Hörnig. Amina Hörnig. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sieh, auf jeden Fall hier. Geil. Richtig gut. Erste Sieg des Tages. Yay. BM-Marken. Pass. B. Geil. Auf Jumin B. B.